Präsentiert von Jonathan Frakes Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Oder das Haus vom Nikolaus malen? Und was ist, wenn dabei ein Möbel auftaucht, das vorher nicht da war? X-Faktor. Das Unfassbare. Eine Redewendung, die wir unzählige Male gehört haben. Vermutlich glauben Sie zu lesen, ich liebe Paris in der Frühlingszeit. Und doch drückt sie dabei der Augenschein. Betrachten Sie es erneut, Wort für Wort. Sehen Sie das überzählige Wäh? Wieder einmal hat uns unsere Wahrnehmung getäuscht. Und was ist damit? Das ist das Haus vom Nikolaus. Eine Zeichnung, die Sie unzählige Male gesehen haben. Das Haus vom Nikolaus. Und doch, drückt sie dabei der Augenschein. Sehen Sie es sich nochmal genau an. Strich für Strich. Haben Sie den Anbau und das Toilettenhäuschen bemerkt? Das ist das Haus vom Nikolaus mit Anbau und Toilettenhaus. Wieder einmal hat uns unsere Wahrnehmung getäuscht. Und wo kommt eigentlich dieser Kühlschrank her? Was ist das Geräusch einer klatschenden Hand? Wer bin ich? Und wo bin ich? Hallo? Hallo? Und wo ist meine Hose? Mein Name ist Jonathan Frakes. Oder? Oder? Untertitelung des ZDF, 2020